Was haben diese vier Forscher gemeinsam? Sie sind alle exzellente Wissenschaftler und werden deshalb von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Als größte deutsche Forschungsförderungsorganisation unterstützt die DFG herausragende Forschungsvorhaben als Einzelprojekte, aber auch in sogenannten koordinierten Programmen. Dazu gehören die Sonderforschungsbereiche und die großen DFG-Forschungszentren. Die gezielte Förderung beginnt schon bei der Doktorandenausbildung in Graduiertenkollegs. Eines davon befasst sich mit Nanowissenschaften. Warum fällt dieser Gecko nicht einfach runter? Winzige Nanostrukturen an seinen Füßen geben ihm Halt. Dass kleinste Partikel große Wirkung haben können, haben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg erkannt. Besonders qualifizierte Doktorandinnen und Doktoranden werden hier in einem graduierten Kolleg, einem speziellen Instrument der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Nachwuchsförderung, unterstützt. Werkstoffwissenschaftler, Bioingenieure, Chemiker und andere Wissenschaftler arbeiten Hand in Hand an der Technik der Zukunft. Doch die Arbeit mit solch winzigen Partikeln ist komplex und ein völlig neues Feld, auf dem es noch viel zu entdecken gibt. Ein Nanopartikel ist so klein, dass man es zunächst mal mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, 10 Nanometer verhält sich zu einem Gummibärchen, das etwa die Größe von einem Zentimeter hat, wie das Gummibärchen zu Mount Everest. Und interessant ist an diesen Nanopartikeln, aber auch an größeren Partikeln, dass die Eigenschaften solcher Teilchen, beispielsweise optische oder elektrische Eigenschaften, sehr stark von der Größe abhängen. Aber der Aufwand lohnt sich. Davon ist der Leiter des graduierten Kollegs, Professor Wolfgang Peukert, überzeugt. Das Interessante an der Nanotechnologie kann man vielleicht am Beispiel des Lego-Spielens ganz deutlich zeigen. Ein kleiner Junge spielt mit Duplos, dann kommt die normalen Legos und ein größerer Junge spielt mit Lego-Technik. Die Forscher spielen mit Nanopartikeln, sie sind noch kleinere Bausteine und es gelingt uns heute Strukturen aufzubauen, die winzig klein sind, die feinst strukturiert sind und die ruhigst interessante Eigenschaften haben. Das heißt, wir können Designen und Materialien generieren, wie das vor wenigen Jahren ganz unvorstellbar war. Damit Grundlagenforschung und Anwendung möglichst viel voneinander profitieren, arbeitet die Wissenschaft hier mit der Industrie zusammen. Genauer, mit dem Science-to-Business-Center Nanotronics des Spezialchemieunternehmens Degussa. Diese Partnerschaft wird von der DFG mit rund 2,4 Millionen Euro gefördert. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Doktoranden sehen von Anfang an, wo ihre Forschung wirklich in der Praxis umgesetzt werden kann. Und was hat die Industrie von der Zusammenarbeit mit der Universität? Die Vorteile der Kooperation zwischen der Universität Erlangen und der Degussa liegen darin, dass wir bei der Universität Erlangen die Grundlagenkompetenzen finden und bei uns eher die in Richtung geschäftsentwicklung orientierten Kompetenzen. Die Kombination von beidem reduziert die Zeit bis zur Marktreife der einzelnen Entwicklungsprojekte ganz erheblich. Ziel des Science-to-Business-Centers ist es, durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft neue Wege in der Entwicklung von Produkten für die Welt von morgen zu gehen. Wir werden mit Nanotechnologie bis hin zu einer leuchtenden Tapete kommen. In der ersten Ausbaustufe eine einfachfarbige leuchtende Tapete, in der nächsten Ausbaustufe eine mehrfarbig leuchtende Tapete und ganz am Ende wird dieses flexible Element einen Charakter eines Displays haben. Bis es soweit ist, hat die Forschung noch einen langen Weg vor sich und von der Natur zu lernen. Um der Wissenschaft die nötige Freiheit einzuräumen, ist Geld nötig. Zu diesem Zweck erhält die DFG als gemeinsame Zuwendung von Bund und Ländern derzeit jährlich knapp 1,5 Milliarden Euro. Von diesem Geld entfallen jeweils etwa ein Viertel auf die Förderung von Projekten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, ein knappes Fünftel auf die Geistes- und Sozialwissenschaften und etwas mehr als ein Drittel auf die Lebenswissenschaften. Wie in den graduierten Kollegen legt die DFG auch in anderen Programmen großen Wert auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. So zeichnet zum Beispiel der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis herausragenden Nachwuchs aus. Eine der vielen Jungen von der DFG auch mit Projekten aus der Einzelförderung unterstützten Forscherinnen befasst sich derzeit in Bonn mit den Auswirkungen von verschiedenen Allergenen auf den Menschen. Erdbeeren gibt es in jeder erdenklichen Form. Aber am besten schmecken sie noch immer pur. Doch die Menschen, die in die Allergiesprechstunde der Bonner Uniklinik kommen, können Erdbeeren oder andere Nahrungsmittel oft nicht genießen. Bei Neurodermitis-Patienten reagiert die Haut auf verschiedene, ganz normale Lebensmittel mit Mechanismen, die normalerweise Krankheitserreger abhalten sollen. Diese Überreaktion macht die Haut empfindlich und ruft selbst bei harmlosen Substanzen unangenehme Symptome hervor. Eine der Ärztinnen, die sich in Bonn um diese Patienten kümmert, ist Dr. Natalia Nowak. Die Neurodermitis ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, von der etwa 30 Prozent der Kinder, aber noch 10 Prozent der Erwachsenen betroffen sind. Und man weiß, dass bestimmte Zellen, die in der Haut sitzen, sogenannte Vorposten des Immunsystems, dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen. Bei der Neurodermitis ist die Besonderheit, dass diese Zellen in der Haut auf der Oberfläche so eine Art Schloss haben, über das sie dann eben Allergene, wie zum Beispiel Allergene aus der Erdbeere, aufnehmen können. Die passen wie ein Schlüssel auf dieses Schloss. Und das führt dazu, dass die Zellen aktiviert werden und dann bestimmte Botenstoffe freisetzen, die dann dazu führen, dass der Juckreiz entsteht und auch die Eczeme. Die entscheidende Frage lautet, warum haben Dermatitis-Patienten mehr Bindungsstellen als gesunde Menschen? Die Hypothese, bestimmte Abschnitte der DNA, die die Informationen zum Aufbau dieser Bindungsstellen enthalten, sind schuld daran. Die Tatverdächtigen werden unter die Lupe genommen. Wir entnehmen den Patienten Blut und auch Hautproben, und zwar deshalb, weil wir aus diesem Blut DNA isolieren können, wo wir Informationen über das Erbgut bekommen. Und auf der anderen Seite können wir aus dem Blut bestimmte Zellen generieren und dann eben im Reagenzglas gewinnen. Bei ihren Arbeiten ist für das Team ein modernes und gut ausgestattetes Forschungslabor unerlässlich. Die dafür notwendigen Gelder stammen überwiegend aus verschiedenen Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir untersuchen ja die DNA der Patienten und die DNA ist aufgebaut wie eine Art Strickleiter und die Sprossen dieser Strickleiter sind bestimmte Basenpaare. Und es kann passieren, dass dann eben bestimmte Basen ausgetauscht sind und da kommt es zu einer Art Strickfehler der Natur. Und das scheint eben auch der Neurodermitis zum Teil zugrunde zu liegen. Das Ziel der Bonner ist es, eines Tages wirksame Therapien für die Betroffenen zu entwickeln. In dieses gemeinsame Vorhaben will Natalia Nowak auch die 16.000 Euro stecken, die sie mit der Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises für besonders begabte Nachwuchswissenschaftler erhalten hat. Also das Preisgeld haben wir in ein Gerät investiert, in ein Gerät, mit dem wir eben aus ganz, ganz kleinen Volumina, also aus Flüssigkeiten, bestimmte Botenstoffe messen können. Wenn die Wissenschaftler mit ihren Forschungen Erfolg haben, kann vielleicht bald jeder wieder ganz unbeschwert Erdbeeren genießen. Jeder promovierte Wissenschaftler kann einen Antrag auf Forschungsförderung stellen. Die Anträge gehen zunächst in der Geschäftsstelle in Bonn ein. Jeder Antrag wird sorgfältig auf seine wissenschaftliche Qualität, Originalität und Methodik überprüft. Die Programmdirektoren der DFG übergeben die Anträge an ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Gutachten verfassen. Die Auswahlkriterien sind sehr streng. Nur die besten der etwa 20.000 jährlich eingehenden Anträge bekommen schließlich grünes Licht. Mehr als die Hälfte können nicht bewilligt werden. Nach den Empfehlungen der Fachgutachter überprüfen von der Wissenschaft gewählte Fachkollegiaten das Ergebnis, ehe der Hauptausschuss der DFG endgültig über die Verteilung der Gelder entscheidet. Manchmal ist diese Förderung sogar Gold wert. Als dann plötzlich klar war, um welchen Befund es sich handelt, da haben wir uns angeguckt und nur gesagt, oh Gott, was machen wir jetzt mit dem ganzen Gold mitten in der Steppe irgendwo am Ende der Welt? Wie es zu dem sensationellen Fund kam, ist eine ganz eigene Erfolgsgeschichte. Die Sibirische Steppe. Eine weite, nahezu menschenleere Landschaft voller Ruhe und Frieden. Doch es gibt auch Ausnahmen. Wenn solch starke Bewaffnung mitten in der Steppe notwendig ist, dann geht es in der Regel um Gold. Um viel Gold. Und oft ist dann Professor Hermann Partsinger nicht weit. Im Jahr 2001 fand der Archäologe hier in Tuva, nahe der mongolischen Grenze, mit seinem deutsch-russischen Team einen sagenhaften Schatz. Ein intaktes und nicht geplündertes Grab aus der Zeit des Güten. Seit 2500 Jahren lag die Ruhestätte dieses geheimnisvollen Reitervolkes unberührt. Als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin sieht sein Tagesablauf meist ein wenig anders aus. Also wenn ich hier am Schreibtisch sitze, vermisse ich natürlich die Steppe ganz einfach. Man hat nicht den Stress, die ständigen Mails, Telefonanrufe. Man kann sich auf eine Sache, auf ein Forschungsprojekt konzentrieren und das ist natürlich für einen Wissenschaftler toll. Das andere ist ganz einfach, worauf man gut verzichten kann in der Steppe, sind die Millionen von Steckmücken, die über einen herfallen. Der Generatorausfall, der einem nicht am Computer arbeiten lässt und solche Dinge. Auch die ständige Bedrohung der Goldfunde durch Mafiagruppen gehört zum Alltag dieser Grabung. Manchmal wird sogar den Forschern Grabräuberei vorgeworfen. Also die Ausgrabung eines Grabes ist keine Grabräuberei. Das ist eine ernste Sache. Es geht um einen fantastischen Befund, wenn er ungestört ist, der unheimlich viel über die Kultur, um die es geht, aussagen kann. Über Totenritual, Jenseitsvorstellungen. Das bedarf aber einer detaillierten und exakten Dokumentation mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Also die Kollegen kommen, nehmen ihre Proben und nur dann kann man wirklich Aussagen gewinnen. Die Entdeckung dieses Grabes war ein absoluter Glücksfall für die Archäologie. Denn zum ersten Mal ist es gelungen, eine Bestattung der absoluten Führungsschicht dieser sköthischen Reiternomaden ungestört zu dokumentieren. Und das lässt unheimlich viele Details der Grabausstattung, der Jenseitsvorstellungen rekonstruieren. Zum Beispiel waren die Innenwände mit rotem Filzteppich ausgelegt. Man kann unheimlich viele Details der Tracht rekonstruieren. Und das lässt diese Kultur wirklich lebensecht vor Augen treten. Als erster Archäologe erhielt Hermann Partsinger 1998 den höchst dotierten Deutschen Forschungspreis, den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis. Mit dem Geld dieses Preises, den die deutsche Forschungsgemeinschaft seit 1986 vergibt, hat Professor Partsinger nicht nur die Grabung des goldenen Fürstengrabes finanziert, sondern es ermöglichte auch einen weiteren, sensationellen Fund. Die Grabung in Cicca war eine Sensation, weil zum ersten Mal ist es in Westsibirien gelungen, eine Stadt, eine regellächte Stadt in der Steppe zu entdecken. Das gelang dank geomagnetischer Prospektionen, die ein ganzes, über 100 Häuser in verschiedenen Vierteln gruppiert wiedergaben. Und die Grabungen zeigten, dass wir dort ganz verschiedene Kulturen an einem Platz zusammen haben. Und das ist natürlich hochinteressant. Genauso multikulturell wie in der antiken Stadt geht es auf der Grabungsstelle zu. Russische und deutsche Studenten leben und arbeiten hier zusammen, bezahlt durch das Preisgeld der DFG. Die Funde in der Steppe lassen die Kultur des Güten in einem völlig neuen Licht erscheinen. Und wer weiß, wie viele Entdeckungen noch auf die Forscher warten. Neben seiner Arbeit als Wissenschaftler vertritt Hermann Parzinger als Präsident des DAI seine Institution in der DFG. Das Engagement von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der DFG ist zentral für das Funktionieren der Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft, sei es in Gremien, als Gutachter, Fachkollegiat oder Mitglied eines Ausschusses. Den Mitgliedern der Senatskommissionen kommt mit der Beratung von Parlamenten und Behörden in wissenschaftlichen Fragen eine weitere wichtige Aufgabe zu. Sie erarbeiten Stellungnahmen zu aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen aus den Bereichen der Gentechnik, der Stammzellforschung, Tierversuche in der Wissenschaft oder Schutz am Arbeitsplatz und geben so der Politik die Möglichkeit auf Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu urteilen. Viele Wissenschaftler engagieren sich auch in einem anderen wichtigen Gebiet, der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Wissenschaft ist nicht immer auf den ersten Blick verständlich. Im Universum Science Center in Bremen ist das anders. Hier werden nach dem Prinzip Wissenschaft zum Anfassen komplexe Sachverhalte anschaulich erklärt. Dafür, dass auch der Inhalt stimmt, sorgt unter anderem Professor Gerold Wefer, Direktor des DFG-Forschungszentrums Ozeanränder, der bei dem Projekt für die wissenschaftlichen Inhalte zuständig war. Für dieses und ähnliche Projekte erhielt er 2001 den Kommunikatorpreis, der für die herausragende Vermittlung von Wissenschaft in die Öffentlichkeit vergeben wird. Im Forschungszentrum ist Öffentlichkeitsarbeit auch eine besondere Aufgabe, neben der Wissenschaft, die natürlich im Vordergrund steht. Es hat aber nicht erst mit dem Forschungszentrum begonnen, sondern wir haben immer schon Öffentlichkeitsarbeit gemacht, zum Beispiel hier Aufbau des Universum Science Center. Auch wenn die Kommunikation von Wissenschaft wichtig ist, an erster Stelle interessiert ihn das Forschen. Und dafür bietet das DFG-Forschungszentrum beste Möglichkeiten für Spitzenwissenschaftler aus aller Welt. Wir bemühen uns um die besten Leute, versuchen ihnen Perspektiven und gute Arbeitsmöglichkeiten zu bieten und dann natürlich sind wir auch gut ausgestattet mit den modernsten Geräten, um am vordersten Front auf der Welt mitzumachen. Auf eines dieser Hightech-Geräte der internationalen Spitzenklasse ist Professor Wefer besonders stolz. Ja, ein besonderes Fahrzeug ist natürlich der Tauchroboter Quest, den wir seit etwa zwei Jahren in Betrieb haben. Mit dem können wir bis zu 4000 Meter tief abtauchen, zum Meeresboden, Proben nehmen, Aufnahmen machen, Messungen durchführen und das gibt uns völlig neue Möglichkeiten, den völlig unbekannten tiefen Ozean zu erkunden. Seine Erkundungstouren auf dem Meeresboden unternimmt Quest von Bord des Forschungsschiffes Meteor. Auf diesem und anderen Forschungsschiffen arbeiten Wissenschaftler aus vielen Ländern und unterschiedlichsten Disziplinen zusammen. Beispielsweise um im Rahmen internationaler Forschungsprogramme Bohrungen auf dem Meeresboden vorzunehmen. Gesammelt werden die Bohrkerne in Bremen, einem von weltweit nur drei Lagern dieser Art. Wissenschaftler aus aller Welt fordern hier Proben an, zum Beispiel um das Rätsel um das Aussterben der Dinosaurier zu lösen. Wir haben hier ein Landstück unserer Sammlung, Dokumentation der Kreide-Tertiär-Grenze, Meteoriteneinschlag und fällt zusammen auch mit dem Aussterben der Dinosaurier, kann man so den Finger drauflegen. Hier war genau vor 65 Millionen Jahren für heute der Meteoriteneinschlag auf der Halbinsel Jukatan. Neben dem Blick in die Vergangenheit gewinnen die Wissenschaftler auch Informationen über das Klima der Zukunft. Derzeit lagern rund 82 Kilometer Bohrkerne in Bremen. Mit jeder Expedition werden es ein paar hundert Meter mehr. Auch zukünftig gibt es also noch viel Spannendes zu entdecken. Internationalität ist in einer sich immer enger vernetzenden Welt von wachsender Bedeutung. Die Förderung internationaler wissenschaftlicher Kontakte ist daher eine wichtige Aufgabe der DFG. Alle Programme der DFG sind für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugänglich. Die DFG unterhält zudem Vertretungen in Peking, Moskau und Washington. Die deutsche Forschungsgemeinschaft sorgt durch ihr Engagement dafür, dass in Deutschland international anerkannte Spitzenforschung betrieben werden kann und auch weiterhin die Besten gefördert werden. Die DFG unterhält zudem Vertretungen in Peking, Moskau und Washington. Auf Wiedersehen! Parallel. Keiner. یong futzer